Wir müssen dran denken, wenn die Runde zu Ende ist, dass wir noch schnell die Barrikaden wieder zumachen. Das verlangsamt die auch noch. Ja, das mach ich schon. Haben wir jetzt vorhin nicht gemacht. Für die nächste Runde dann. Da bin ich grad dick dabei. Ich mach das eigentlich schon. Atommomme. Nice. Ich mach das eigentlich schon während der Runde. Ja, genau. Ich bin grad im Haus. Da bin ich schon die ganze Zeit dabei. Okay, dann. Eins fehlt noch im Haus. Ja, ich bin dabei. Mach ich auch grad zu. Ich mach jetzt mal die Kiste auf, weil ich will jetzt nicht mehr die Pistole haben. Nein. Ja, ich muss die langen Augenblick mal aufmachen. Granatwerfer, Kriegsmaschine. Oh ja. M320 ist das. Sieht zumindest so aus. Ja. Also hatten wir jetzt schon öfter, aber es war bis jetzt eigentlich immer totbringend für uns. Weil irgendwie... Ja, das ist für Nasch das Ding. Für dich. Achso. Genau. Jetzt hab ich ne Halbautomatik-Shotflinte. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Hätte ich auch gern gehabt. Ich guck jetzt mal, dass ich das Ding, dass ich die direkt auf die Entfernung vielleicht verballer. Ach. Da. Boah, ich mein, das wär schon besser, wenn die natürlich in so nem Rudel laufen würden und ich einfach rein franzen könnte. Explodieren die Dinger direkt bei Aufschlag, oder? Nee. Ach du Scheiß. Zumal also im Multiplayer irgendwie schon. Ja. Boah, das ist ja dann richtig Fail hier eigentlich. Also ach. Boah, mir geht diese komische Schrott hier raus im Sack. Aber du hast die auch. Jep. Ich guck, m2... Wer ist hier nochmal? Ah ja, m216, stimmt. Ich guck jetzt nochmal hier. Die Barrikaden sind durchbrochen, also die kommen jetzt auch von innen. Von unserem Räumchen. Howard. Insta-Kill. Insta-Kill. Endlich mal. Okay, knife, knife. Und jetzt fang ich an Barrikaden zu bauen, ich döde. Ich muss auch knife, Mensch. Achso, ja. Macht mehr Sinn, ne? Doppelte Punkte. Doppelte Punkte. Nein. Und dann... Komm, da kriegst du 200. Komm, da kriegst du 260. Da kriegst du, glaube ich, 260 für ihn. Ja, 200. Wow. Sack. Okay, Insta-Kill ist jetzt auch schon wieder aus. Und Atombombe noch. Also ich glaube, ich mach die Kriegsmaschine gleich direkt wieder weg. Okay, gleich wieder verbarrikadieren. Ja. Ich kann noch Munition aufheben für uns. Jetzt hab ich die Shikon. Na toll. Wow, bin ich cool. Ich hab mich fast selbst gekillt mit den Granaten. Wow. Das ist nicht ganz so schön. Genau wie mit der RPG. Da mach ich mich immer mit tot. Ja. Komm schon, was gescheit ist, was gescheit ist. Oh, knife. Juhu, ich hab das Ballistikmesser. Wow. Das ist am Anfang ziemlich stark. Ja, aber jetzt ist... Ja, bei Runde 6 ist es schon eher, äh... Ich guck mal, ich teste mal. Man muss halt auch treffen, das kann ich natürlich nicht. Du kannst ja auch so knifeen mit F. Oh ja, ich hab den Laser. Ach so, mit V? Ach guck mal. Das Messern ist stärker. Das Messern ist stärker als das normale. Gut, ich hab jetzt einen mit dem Kopf geschossen, aber ich nehm jetzt direkt wieder was anderes hier. Das kann ich angehen. Aber der Laser, der ist schon irgendwie praktisch. Ja, das Ding geht ab. Oh, ich hab grad... Pistolen bringen aber wenig Geld, glaub ich. Mal gucken, ob ich jetzt nochmal Pech hab. Das achtzigste Mal... Ah, jetzt hab ich immerhin... Ist das diese... Ja, das ist die. Okay. Die ist ja schon mal nicht schlecht. Ich hab diese MTR. MTR. Ja, okay. Ja, die MTR. Die bringt's schon, will ich mal so behaupten. Ja. Ich hab das MTR und Raketenwerfer. Also läuft. Oh, die kommen grad von innen, Massenreise. Ja, ja. Die kleinen Knödel. Alter. Doppel-DP. Oh, yeah. So. Läuft eigentlich ganz gut. Oh, Schreiner. 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 Das macht Schreiner überhaupt. Das repariert die Barrikaden. Genau, das baut alle Barrikaden direkt wieder auf. Instant. Das ist ja ganz praktisch. Eigentlich schon, ja. Vor allem, wenn's grad so recht am Anfang der Runde ist. Dann ist wieder alles ein bisschen verzögert. Ich würde den Raketenwerfer eigentlich fast gerne... Oh Gott. Dann hab ich ja gar nicht gesehen, ey. Die Brickle... Die hat so schnell die Barrikade durchbrochen, der Wichser. Der Stilflieb... Ach so, der war schon draußen vorher. Ich dachte wir hatten alle. Ja, ja. Das könnte gut sein. Der hat gezaubert. Ich baller hier immer noch mit meiner Karate. Geil. Jetzt hab ich nen Sniper gekriegt. Nicht schlecht. Na, das ist auch... Egal, jetzt zeig ich meine Sniping-Skills hier. Hier im Haus ist jetzt gerade gar nichts los Ich dachte, die Runde hat schon wieder angefangen Ich habe ja auch schon welche getötet Zwei Stück, glaube ich Ich auch schon Da kommen welche So Oh mein Gott Alter, jetzt geht es aber ab hier Ich komme mal zu euch Ich geselle mich mal zu euch Ich mache gerade die Barrikade, dass die uns nicht von hier in den Anus fallen Das tun wir sowieso nicht Okay, perfekt Akatenwerfer ist auch nachgeladen Ich schmeiß mal eine HE, Achtung So Sauer Bum Bum Bule Ach ja Oh ja Knife time Oh fuck, ein bisschen viel zum Nifen Wow, das war gerade riskant Ja, riskiert es nicht Wir haben so viele Punkte Wir können uns eigentlich immer erst mal Waffen holen Stimmt auch wieder Oh cool Guck mal, so Momente wie jetzt Maximale Munition Hast du schon recht Hast du schon recht, Herbert Aber die werde ich jetzt leifen Es macht einfach mehr Spaß Es macht mehr Spaß Weißt du, Dagobert So, ich werde jetzt in die Fallskiste greifen Ja, greif mal rein Greif mal rein Ich werde jetzt mit dem Raketenwerfer gegen die Wand schießen Bam Das ist die, das ist die Shotgun, das Shotgun Revolver Shotgun Revolver Ja, ist wirklich Der schlechte Revolver von den beiden Oh, schaut mal, also ich glaube, die Waffe nehme ich nicht, oder? Ich habe hier den Raketenwerfer Ja, wenn du nicht sterben willst, dann würde ich die Person nehmen Ansonsten ist natürlich die RPG stärker Ja, ne, aber ich Aber die sind meistens aber dann nicht mehr One-Hit Ja, das stimmt Dann liegen, dann krabbeln die noch auf dem Boden rum Ich habe eben gerade nur die Beine abgeschossen Wie habe ich denn das geschafft? Ja, das ist das, was ich Ah, Alter Boah, ich glaube, jetzt kriegen wir auf den Arsch Ah, warte, ich glaube, ich spiele Ah, da kommen ganz viele Oh, kaboom, nice Das rettet einem irgendwie jedes Mal den Arsch, habe ich das Gefühl Schaut mal hier, die RPD Ich würde sagen, wir sind gerettet Wenn nicht, dann lass uns doch gleich in die Ecke kämpfen Ah, du Homo Ja Aber ich glaube, wir haben das auf jeden Fall noch im Griff Ich heb jetzt hier mal eben auf Ja, ja Aber eigentlich geht es um Ja, es wird schon aufgehoben, okay Oh, ist denn das für ein geiles Ding, was hat denn das für eine Feuerrate? Das ist die Shikon Das ist doch eine Burstwaffe, ne? Oh, Schreiner Schreiner Kellner Bam Ich bin der Knife-König Wenn man mit dem Sniper gut umgehen kann, ist das eigentlich ziemlich stark Auf jeden Fall, auf jeden Fall Ich habe gerade zwei Stück mit einem Schuss gekillt Alter So, mal wieder nachladen ist angesagt Und, äh, ja Geht ja immer noch Ich mache jetzt mal hier aus Spaß auf Die Punkte bringen uns ja eh nichts, ne? Ich meine Eben Ne, hier nicht wirklich Ach, was sagt ihr zu dieser Waffe hier? Äh, was hast du? Das ist eine Burstwaffe, aber ziemlich, die kannst du damit ziemlich schnell schießen Okay, ja, dann werde ich die auf jeden Fall mal, ich habe die jetzt mal getauscht gegen die andere Pipi-Waffe, die ich habe Oh, ja, dann nehme ich jetzt mal die Wallen mit Yeah Achtung, Jungs, es geht los War es die Fall? Hm Ist eine schöne Range-Waffe, finde ich Ich nehme ein paar mit, Achtung Ja Von wo kommst du denn? Ah, da Links Oh, nö, nachladen, das ist ganz, ganz schlecht Nachladen macht nicht Spaß Immer der Rückzug beim Nachladen Ah, diese explodierenden Zombies sind echt, also die sind, äh, verstörend Das stimmt Über links kommen sie immer mehr durch Ah So, da ist Munition, sehr gut Das ist ganz praktisch, so geht mein Laser nicht alle Ja, auf jeden Fall Also ich gucke jetzt doch nochmal, ich hätte jetzt schon gerne irgendwie eine andere, dann doch eine andere Waffe Der Revolver, habt ihr gesagt, ist gut? Ja, also der normale, ja Ah Warte Oh oh Ich muss mal kurz mit dem Revolver schießen Alter, ich bin fast tot Und ich treffe nicht Oh Gott, er blockt Okay Habt ihr da? Wir haben es im Griff eigentlich, Moment, wir heben gleich auf Ich muss nur ewig nach, ewig und drei Tage nach So, jetzt können wir aufheben, ne? Scheiße, schnell, ich heil den Rücken Ja, ich heil Achtung, Achtung, da kommt mal Okay, okay, belebt weiter, belebt weiter Läuft, läuft, also ist fertig Oh Gott Ich freu mich auch mal was, ich hab nur noch Geld Also Revolver macht schon Spaß, muss ich sagen, aber so in Gefahrensituationen Boah, Blendgranate Was ist das denn? Blendte? 3-8 Mit der Blendgranate Nochmal Ich muss sagen, ich muss eine Erfolg haben Na zwei, eine 5-7 Okay, Achtung, Welle 10, richtern Schneller Oh, guten Tag, Fräulein Snipe Ja Andi, guck mal, was da ist, das ist doch gar nicht so, oder? Andi, ist das schon, ja, das ist, das ist doof Achtung, links, links Boah, ich hab im Knaller den Arm abgeschossen Oh Alter, du kannst da mit der G-Com draufballern, wie ein Verrückter, die gerne down Ich bin jetzt mal doch nach hinten gegangen, in den Rückzug, ne, also so etwas, also Insta-Kill, ich hol das Insta-Kill, okay, gut, dann brauchen wir ab heute, kein Rückzug mehr Rückzug wird abgeschaffen, ist zu teuer Ja, es langt jetzt mit dem Rückzug, du Boah Wenn das zu unsicher ist, dann schieß die lieber ab Ja, ich, also jetzt hab ich grad ein bisschen auf die Nüsse bekommen Ja, ich schieß die ab, also ich mein, das kommt da laufen, maximale Munition und so, das lohnt sich gar nicht Ach, Galli, das ist ja schön Die Gefahrensituation zu begeben Ach, jetzt Seitdem, man hat's drauf Man hat's drauf, ist verwerb Aber ich schieß nicht drauf mit den Messern Ich hab's drauf Ich erwischen sie meistens Ah Incoming Der Hancock ist, äh Ja Kommt was? Sie kommen aus dem Boden Ah, du Homo, geh mal bloß weg Habt ihr euch alle aufgehoben? Ich geh jetzt mal nach da hinten in dieses Versteck, ne? Also, das langt mir jetzt Da kommt einer Oh, könnt ihr den wegholen? Ich hab... Ich werd voll verfolgt Ok, komm, wir gehen mal alle ins Versteck Da rotzen wir jetzt einmal volle Kanne drauf, wenn die in Massen kommen Ok, ich mach... ich fang an mit draufrotzen, ich hab die Python Boah, wo seid ihr? Hier, hier, hier im Versteck hier hinten, du weißt schon Da! Ja! Ja, hier, hier, hier Oh Gott, sie kommen, oh Gott! Hey, Achtung! Ich hab ein paar mitgebracht Ich hab ein paar mitgebracht Oh mein Gott Ich muss nachladen! Ich auch, aber ich bin fertig, ich bin fertig Es macht Spaß, wenn Freunde zu Besuch kommen Bam! Achtung, Schreiner, ich hol schnell Schreiner! Ich muss nachladen, also die Python ist schon lahmarschig, was das Nachladen angeht Ja, aber dafür ist schön stark, ne? Ja, aber ich guck jetzt mal, was es hier noch so gäbe Vielleicht kriegst du ja auch einen Laser Genau, oder Atombombenwerfer oder sowas, oah Atombombenwerfer! Aber ich glaub, das ist nicht schlecht, wenn sie sich an- Wenn sie sich an- Wenn sie sich an- Alter, wie asozial Ah, ja, weil der Fallout, der Atombombenwerfer, der ist schön Atombomben-Uzi Wabababababam Ich mach die hier mal ein bisschen kaputt Nein! Oh, Scheiße! Ich hab die falsche Waffe ausgetauscht Ach so Mist Da hinten kommen einige, lass mal ins Versteck geschwind Ja! Gott, Scheiße, schnell! Okay, Achtung, ich geh mal hier mit- Oh, 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 oh Alter! Aber diesmal richtig Alter! Atombomben, Atombomben oben! Ja, gut! Jawoll, ich lieg's mal, aber Könnt ihr mich aufheben? Ja! Ah, yeah! Ja! Ich bin reingerannt Er hat sich geopfert für uns alle Für die Gruppe! Für die Gruppe! Da hinten kommt wieder eine angepimmelt Ja! Oh, mehrere angepimmelt Ich will doch grad in der Kiste gucken, Mensch Ich bin da halt Ich bin da halt Ich bin da Vorsicht, Vorsicht! Lass mal ein bisschen Rückzug Ja! Instacill, Instacill Ah, okay! Und jetzt lade ich nach! Ich bin sogar, ich bin so geil Nachladen Weiter geht's Ach, das war echt scheiße hier, ey Alter, ich werd auch gefackelt Achso, guck mal, da steht jetzt zwei da links Ach, elf! Achso, elf! Wir sind wieder zurückgefallen auf Runde zwei Das wär ekelhaft Aber die Zombies bleiben Die Zombies bleiben gleich stark Was, ich? Oh, hinter dir Okay, wir verlieren gleich den Stackel Jetzt Da ist ne Waffe Für wie noch immer Ja, die ist für mich, aber ich muss Oh, 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 oh Schnell zurück Was war das für ne Waffe? Kacke! Ich glaub ne SMR, die ist nicht so stark Ah, gut, dann bin ich grad froh, dass ich es nicht bekommen habe Ich muss nachladen, ich muss nachladen Ihr macht das ja dann Die spiel ich grad, die SMR, das ist echt für den Arsch Aber die Strahlenkanone haut gerade ein bisschen rein Ja, das ist, die ist ganz schön, die Waffe Sieht ziemlich cool aus, wie der voll rumballert Vor allem hier das Alien-Gewehr Ja, das ist ganz schön Ich erinnere mich auch direkt an Fallout, da gibt's ja auch so was ähnliches Fallout hab ich auch nie gespielt Boah, ich hab's mal durchs Seen angekriegt, aber mehr auch nicht Ja Nein, jetzt hab ich ein Paret, auch nicht schlecht Also, ich soll ja wieder nach hinten gehen, ich glaub wir kriegen jetzt sowas von aufgerissen Ich würd sagen, ab nach hinten Ab nach Hause Ich würde sagen, wir gehen offline, ich hab Angst Ja, da ist die Gruppe Okay Ich schmeiß mal ein HE Ja, ich schmeiß auch mal eine Obwohl, die haben sich jetzt noch nicht so wirklich angesammelt Sind wir grad zu dritt, aber wir sind da drin Oh, 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 Leute, Leute Oh Gott, oh Gott, oh Gott Was ist denn hier los? Das Dachladen Scheiße, ich bin leer Wie? Ich hab nur Waffe gewechselt, ich wollt grad sagen Achtung, HE Ja, da ist Munition Ja, da ist Warte, ich renn rein, Achtung Ah, gehen jetzt, oh Gott Ah, scheiß, du sagst Warte, kann ich's heben eigentlich im Tode? Ah Ja, du kannst, du kannst Oh, oh, wartet Ah Ich bin tot Nein Fuck Lauf weg aus der Ecke Aber einer, einer Ah, ich wollt grad sagen Ah, ja Ah, das war kacke, ich hab mir markiert und zwar noch aufgeschossen, aber was war ich? Scheiße, scheiße, scheiße Umringt von Zombies Ja Egal, Welle 12 Vier Mann Joa Das war doch schon mal gut So, wir noch eine Runde Multiplayer und dann Ja, warum nicht? Das wäre jetzt schön für die Aufnahme Bisschen Dann müssen wir aber dann einen kurzen Schnitt machen, ne? Weil das Spiel ja komplett wechselt Ja genau, machen wir mal kurz ein Schnittchen Gut, okay, dann sagen wir jetzt mal alle bis gleich, er fangt an Bis gleich Also bis zum nächsten Mal im Multiplayer Modus Ciao Ja, genau Ciao Alt Also bis zum nächsten Mal im